UNTERTITELUNG 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 Wer sind Sie? Und wer sind Sie? Wir sind die Nachbarn. Wir wollten nur mal sehen, ob Sie nicht ein Einbrecher sind. Und wenn ich einer wäre? Ich würde Sie erschießen. Wer sind Sie? Ich bin Hans Hummel. Entschuldigung. Ich bin Arti. Und das ist meine kleine Schwester Silvie. Guten Abend. Wer ein Einbrecher sehen Sie nicht gerade aus, Herr Hummel. Sie können Hans zu mir sagen. Tja. Ich würde Ihnen ja gerne was zu trinken anbieten. Aber ich fürchte, es ist nichts im Haus. Es ist lange niemand hier gewesen. Ach, es macht nichts. Aber vielleicht haben Sie Lust, morgen bei uns zu frühstücken? Sehr gern. So um zehn? Hans? Um zehn. Wir wohnen da drüben. Und entschuldigen Sie bitte nochmal die Störung. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Dich? Gute Nacht. Gute Nacht. Okay. Okay.